Königin Camilla wischt sich die Tränen weg, als sie ohne Charles oder William an der Trauerfeier teilnimmt. Der Gedenkgottesdienst war ursprünglich für Januar geplant, wurde jedoch aufgrund der Gesundheitsankündigungen von König Charles und Prinzessin Kate verschoben. Königin Camilla hat heute Morgen ihr Bestes gegeben, um die königliche Familie bei einem Dankgottesdienst für das Leben von König Konstantin der Hellenen auf Schloss Windsor zu leiten. Die 76-jährige Königin traf getrennt von anderen Mitgliedern der königlichen Familie ein, als sie zum Eingang der Galiläa-Werrander gefahren wurde. Sie wurde von Königin Annemarie, der ehemaligen Königin der Hellenen, begleitet. Während des Gottesdienstes war Camilla zu sehen, wie sie sich eine Träne aus dem Gesicht wischte, während sich Menschen versammelten, um das Leben des verstorbenen Königs Konstantin zu feiern, der im Januar 2023 starb. Andere Mitglieder des Königshauses, angeführt von Prinz Andrew, waren nur wenige Minuten zuvor zu Fuß zur Kapelle gegangen. Dazu gehörten Sarah Ferguson, Prinzessin Beatrice und Eugenie, Mike und Sarah Tindle und Prinzessin Anne. Prinz William gab nur wenige Augenblicke zuvor bekannt, dass er aus persönlichen Gründen nicht an der Trauerfeier teilnehmen werde. Adis ging nicht näher darauf ein, sagte jedoch, dass es der Prinzessin von Wales, die sich von einer Bauchoperation erholt, weiterhin gut gehe. König Konstantin war ein enger Freund und Cousin zweiten Grades von Charles und Pate seines ältesten Sohnes, Prinz William. Der letzte griechische König hatte auch Verbindungen zu Prinz Philip, dem verstorbenen Herzog von Edinburgh, der einst ein Cousin ersten Grades und sein Segelpartner war. Der Gottesdienst im Kirchenschiff der St. George Chapel in Windsor wird vom Dekan von Windsor, Rev. Dr. Christopher Coxworth, geleitet und wird von ausländischen Königsfamilien und anderen Gästen besucht. Bilder aus dem Inneren der Kapelle zeigen Camilla vorne, neben ihr saßen Prinzessin Anne und ihr Ehemann Sir Timothy Laurence. Prinz Andrew sitzt ebenfalls in der ersten Reihe, hinter dem Herzog und der Herzogin von Gloucester. In der zweiten Reihe sitzen die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie mit ihren Ehemännern, Mike und Sarah sitzen hinter ihnen in der dritten Reihe. Der Dankgottesdienst war ursprünglich für den 27. Januar geplant, an dem auch König Charles und der Prinz und die Prinzessin von Wales teilnehmen sollten. Doch er wurde um einen Monat verschoben, nachdem einige Wochen zuvor schockierende Gesundheitsmeldungen bekannt gegeben worden waren. Mitglieder der griechischen Königsfamilie, darunter Königin Anne-Marie, ehemalige Königin der Hellenen, und Kronprinz Pavlos, waren zusammen mit anderen ausländischen Königen bei der Gedenkfeier anwesend. König Konstantin war der letzte König Griechenlands und regierte von 1964 bis 1974. Er diente in allen drei Zweigen der griechischen Streitkräfte und besuchte die juristische Fakultät der Nationalen und Kapodistrischen Universität Athen. Im Jahr 2013 kehrte König Konstantin II. nach Griechenland zurück, um dort dauerhaft zu leben. Er verstarb am 10. Januar 2023 in seiner Geburtsstadt Athen und wurde privat auf dem königlichen Friedhof von Tartoi beigesetzt. Er verstarb am 11. Januar 2020 in seiner Geburtsstadt real ist, um dauerhaft zu verließen. Er ist dieastiung des Drafstattals, um über 20. Januar 2021 in seiner Geburtsstadt, um diese cụzusten zu verabinden. Er wuniglich ist das Kroppmaufer. Er wird auf dem Ärzte die Verkaufeld der Giedersatz aus.